Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes und das verbotene Ritual Die übernatürlichen Fälle Folge 3 Ein Bookstream-Hörbuch gelesen von Christoph Hackenberg Immer wieder waren mein Freund Sherlock Holmes und ich mit Fällen konfrontiert, die den Rahmen des Gewöhnlichen oder Alltäglichen gesprengt hatten. Dies erscheint wohl recht nachvollziehbar, da unsere Klienten oder gar die Polizeibeamten selbst sich vor allem dann an uns wandten, wenn die Umstände der jeweiligen Verbrechen oder Mysterien dergestalt waren, dass die üblichen Methoden der Kriminalistik nicht ausreichend schienen, um ihnen auf den Grund zu kommen. In manchen Fällen jedoch gingen die Geschehnisse weit über das hinaus, was man als natürlich bezeichnen könnte. Bei der Aufzeichnung dieser letztgenannten gleichsam übernatürlichen Fälle entschied ich stets, diese zwar mit gesonderter Genauigkeit festzuhalten, auf eine Veröffentlichung jedoch zunächst zu verzichten, da die Auswirkungen eines Bekanntwerdens jener Ereignisse für mich nicht abzusehen waren und bis zum heutigen Tag sind. Es erschien mir vorrangig, die Handlungsfähigkeit meines Freundes in der Weise, wie sie aus meinen bereits veröffentlichten Berichten hervorgeht, unter allen Umständen aufrecht zu erhalten und alles zu vermeiden, was diese gefährden könnte, sei es durch einen Verlust an Glaubwürdigkeit meiner und Holmes Person in der Öffentlichkeit oder gar durch Verstrickungen, die es zur Folge gehabt hätten, unsere persönliche Unversehrtheit zu bedrohen. Auch im vorliegenden Fall trifft dies meiner bescheidenen Meinung nach zu, und wiederum verbleibe ich selbst im Ungewissen darüber, ob und zu welchem Zeitpunkt mein Bericht zur Kenntnis einer unbeteiligten Leserschaft gelangt. Nichtsdestoweniger verbürge ich mich mit meinem Namen dafür, dass alles, was im Folgenden beschrieben wird, vollumfänglich der Wahrheit entspricht. Ob die daraus hervorgehenden Erkenntnisse für die Nachwelt von Bedeutung sein werden, gebe ich somit aus der Hand. Lediglich meine absolute Aufrichtigkeit kann ich dazu beitragen. Ein endgültiges Urteil darüber, und dies ist mir vollständig bewusst, wird jener Nachwelt oder gar der Menschheitsgeschichte selbst vorbehalten bleiben. John H. Watson, Sonntag, 23. Februar, 1896, London Am Ende des vergangenen Januar hatte Holmes eine ungewöhnlich lange Zeit der Untätigkeit, wie er es bezeichnen würde, bereits hinter sich. Darunter verstand er lediglich die Tatsache, dass er in diesem Monat mit keinem Fall beschäftigt gewesen war. Ich als sein Mitbewohner kann jedoch berichten, dass er diese Wochen keineswegs untätig verbracht hatte. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit konnte ich mittlerweile recht zielsicher die Abfolge seiner Beschäftigungen des Zeitvertreibs vorhersehen, die sich mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit zu wiederholen schien. In einer ersten Phase bestanden diese meist in der Durchführung wissenschaftlicher, vorrangig chemischer Versuchsreihen, unterbrochen von intensivem Studium verschiedenartigster Literatur. Die folgende Phase hatte die Musik zum Schwerpunkt, in der er sich seinem Violinspiel zuwandte und sich auch an dieser oder jener Eigenkomposition versuchte. Darauf folgte unausweichlich jene, die ich als Kokainphase bezeichnen muss. Diese war ich stets bestrebt, so kurz wie möglich zu halten, was jedoch selten in meinem Vermögen lag. Nur allzu oft war das Einzige, was jene Phase nachhaltig beenden konnte, ein neuer Fall, der entweder durch seine reizelhafte Natur Holmes' Interesse weckte oder durch seine Dringlichkeit sich ihm gewissermaßen aufdrängte. Die letztgenannte Art war freilich wenig wünschenswert, da es dabei stets um eine Bedrohung der Unversehrtheit von Individuen oder gar des ganzen Königreiches ging. Die erstgenannte schien mir jedoch eine Möglichkeit zu sein, tatsächlich Einfluss auf Holmes' Situation nehmen zu können, und so fühlte ich mich oft, wenn das Ende der Musikphase für mich absehbar wurde, wie ein Sensationsreporter, der alle seine Fühler nach dem seltsamen, skandalösen oder unerklärlichen ausstreckte, um es an ihn heranzutragen. Diesmal, wie leider auch schon oft zuvor, war es mir nicht gelungen, und ich sah mich erneut auf eine weniger rühmliche Maßnahme zurückgeworfen, die mir dann als einzig Verbliebene erschien. Sie bestand darin, zu einer Tageszeit, in der ich hoffen durfte, daß Holmes sich im Tiefschlaf befand, in sein Arbeitszimmer zu schleichen und von ihm unbemerkt seine flüssigen Kokainvorräte zu verdünnen. Ich rechnete mir aus, daß die Reduktion von sieben auf fünf Prozent ein gutes Mittelmaß darstellte, welches er nicht bemerken würde und daß mein Gewissen als Arzt doch ein wenig zu beruhigen vermochte. Viel später erfuhr ich von ihm selbst, daß es mir nie gelungen war, solches ohne sein Wissen anzustellen. Er aber hatte es niemals rückgängig gemacht. Dieses stille Einverständnis mag wohl den besten Beweis für unsere Vertrautheit, ja, gar Freundschaft geben, den ich nach so langer Zeit anzuführen imstande bin. Rückblickend möchte ich auch festhalten, daß ich dies stets als Freude und als Privileg erachtet habe, ungeachtet aller Mühseligkeiten, die unser Zusammenleben für mich bereit hielt. So war ich also an einem überraschend sonnigen Wintermorgen höchst erfreut, als Mrs. Hudson mit dem Frühstück auch die Nachricht hereinbrachte, daß Inspector Lestrade von Scotland Yard unten wartete und darum bat, zum größten Detektiv des Empires vorgelassen zu werden, wie er Holmes inzwischen gleichermaßen schelmisch, wie er furchtsvoll bezeichnete. Ich eilte ihm entgegen, schüttelte ihm wohl etwas über Gebühr die Hand und rief sogleich, »Mrs. Hudson, bringen Sie bitte schleunigst ein weiteres Gedeck für unseren geschätzten Gast und setzen Sie noch eine Kanne Tee auf. Herr Inspektor, es freut mich wie üblich außerordentlich, Sie bei uns zu haben. Bitte nehmen Sie Platz und langen Sie kräftig zu. Holmes wird sich gewiss in Kürze zu uns gesellen.« In Richtung der noch verschlossenen Türe von Holmes' Schlafzimmer rief ich weiter, »Holmes! Holmes! Inspektor Lestrade ist zu Besuch! Beheilen Sie sich, sonst lassen wir Ihnen nichts vom gebratenen Speck übrig!« Wie aufs Stichwort erschien Holmes in seinem eleganten Morgenrock die Pfeife gestopft in der Hand im Wohnzimmer, ging schnurgerade auf seine Streichhölzer zu und meinte trocken, nachdem er die ersten Züge des Tages genommen hatte, »Diese Gefahr sehe ich durchaus nicht auf mich zukommen, mein lieber Watson. Wie das unverkennbare Quietschen des Dienstwagens andeutet, ist unser guter Inspektor keineswegs aus Gründen des Privatvergnügens hier. Daraus folgt, dass er sich durch eine ihm ausweglos erscheinende Situation gezwungen sah, erneut meine Hilfe in Anspruch zu nehmen, was bei ihm nach wie vor mit einer nicht unerheblichen Verletzung seines Stolzes einhergeht. Aus diesen beiden Tatsachen schließe ich wiederum, dass es um Ihren Appetit nicht allzu gut bestellt ist. Oder irre ich mich, werter Herr Inspektor?« Während seinen Ausführungen hatte Holmes ein Glas Brandy eingeschenkt, das er nun erwartungsvoll vor Lestrade auf den Tisch stellte. Dieser kippte den Brandy in einem Zug hinunter, erhob sich, reichte dem Detektiv die Hand und sagte, »Ich verabscheue Sie, ehrlich und aufrichtig, Mr. Holmes.« »Auch mir ist es wie immer eine Freude, Sie zu sehen,« antwortete Holmes mit seinem dezent triumphierenden Lächeln und erwiderte Lestrads Handschlag. Dann setzten sich beide zu Tisch und während er sich Rührei, Bohnen und Speck auf den Teller lud, fragte mein Freund, »Also, wo drückt denn der Schuh?« Etwas widerwillig begann Lestrade. »In dem Fall, von dem ich Ihnen berichten will, Mr. Holmes, sind alle Tatsachen völlig offensichtlich. Und genau das ist es, was eigentlich unmöglich ist.« Holmes hob die Brauen. »Das klingt ja äußerst vielversprechend.« »Auch Ihnen wird das Lachen noch vergehen,« versetzte Lestrade in bitterem Tonfall. »Verzeihung, bitte berichten Sie in aller Ruhe und mit größtmöglicher Genauigkeit, ich werde Sie nicht mehr unterbrechen,« entschuldigte sich Holmes. »Alles begann im vergangenen Monat,« hob der Inspektor erneut an, »als mein Freund und Kollege, Inspektor Marcus Patterson, begann, sich äußerst merkwürdig zu verhalten. Bis dahin kannte ich ihn seit über zehn Jahren schon als ständig gut aufgelegten, gewissenhaften und äußerst fähigen Polizeibeamten. Irgendwann, etwa ab dem Jahreswechsel, so genau kann ich das heute gar nicht mehr sagen, legte sich eine ungewöhnliche Trübnis auf sein Gemüt. Er schien zunehmend Gedanken verloren. Er schien immer unregelmäßiger zum Dienst und war schließlich für mehrere Tage unentschuldigt abwesend. Als er dann doch wieder auftauchte, stellte ich ihn zur Rede. Wir waren recht vertraut miteinander, wie schon angedeutet, beinahe befreundet. Deshalb empfand ich es als höchst befremdlich, dass er mir auswich. Er murmelte etwas von Schwierigkeiten zu Hause, und ich solle mir keine Gedanken machen. Das war sonst gar nicht seine Art. Er war mir gegenüber immer ehrlich und direkt gewesen, oft mehr, als es mir angenehm war. Ich hatte ihn zwar noch nie zu Hause besucht, wusste aber, dass er Frau und Tochter hat. Auch als ich mich nach ihnen erkundigte, wollte er mir ums Verrecken nicht verraten, was für Schwierigkeiten er meinte. Es kam sogar zum Streit zwischen uns in einer Art und Weise wie nie zuvor. Ich ließ die Sache also wohl oder übel auf sich beruhen. Dann, vorgestern, etwa zwei Tage nach unserer Auseinandersetzung, kam gegen Abend ein Schutzmann ins Hauptquartier gelaufen und rief mich nach Stockwall, wo sich eine Schießerei zugetragen hatte. In einer Erdgeschosswohnung in der Lingham Street fand ich zwei Leichen. Einen jungen Geistlichen, der in jener Wohnung seit kurzer Zeit eingemietet war, und zu meinem Entsetzen, Inspektor Patterson, beide mit mehreren Schusswunden. Ach, wie schrecklich, mein tief empfundenes Beileid, Inspektor, musste ich an dieser Stelle einwerfen. Ich danke Ihnen, Herr Doktor, aber mit dem schrecklichen Teil habe ich noch gar nicht angefangen, erwiderte Lestrade. Dann setzte er fort. Neben Marcus' Leiche lag sein Webley-Revolver. Drei der sechs Kugeln fanden sich in dem Geistlichen. Eine in der Wand hinter ihm, und eine hatte Constable Browning in den Bauch getroffen, der gemeinsam mit Constable York als Unterstützung des Inspektors mitgekommen war. Die letzte Kugel befand sich noch in der Trommel. Der Himmel wollte es, dass das Stockwell Fever Hospital nicht weit entfernt lag, und so überlebte Browning seine Verletzung. Von ihm und dem Constable York erfuhr ich, was diesem Ereignis vorangegangen war. Hier mußte Lestrade kurz unterbrechen, seufzte tief und griff sich an die Stirn. Nun brach Holmes sein konzentriertes Schweigen. Sie wollen damit also sagen, dass der Inspektor zuerst den Priester erschossen hat und im Anschluss die Waffe gegen seinen Kollegen richtete? Genau das gab Lestrade zurück. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht nochmals betonen, dass Patterson, Browning und York langjährige Diensterfahrung hatten, einander ebenso lange persönlich kannten und völlig unbescholten sind bzw. waren. Und wer hat denn nun den Inspektor erschossen, zwang mich, meine Neugierde vorzugreifen. Etwas gereizt, meinte der Inspektor. Nun warten Sie, ich bin noch nicht zu Ende. Was ich Ihnen jetzt erzähle, entspricht exakt den Aussagen, die Browning und York unabhängig voneinander mir gegenüber gemacht haben. Als ich am Tatort ankam, waren die beiden bereits im Krankenhaus. Vor allem ist es dem raschen Handeln von Constable York zu verdanken, dass Browning noch am Leben ist, denn dieser hat ihn begleitet und während der Fahrt ins Spital seine Blutung gestillt. Beide erzählten mir also, was ich zugetragen hatte, denn sie waren von Anfang an dabei gewesen. Inspektor Patterson erhielt an jenem Abend vor zwei Tagen also im neuen Polizeihauptquartier ein Telegramm. Hier ist es. Ich fand es in der Jackentasche seiner Leiche. Lestrade legte das Telegramm auf den Tisch. Holmes und ich lasen. Inspektor Patterson, bitte kommen Sie schnellstmöglich in meine Wohnung, bewaffnet und mit Verstärkung. Höchste Gefahr. Bruder Ignatius. Der Inspektor wies Browning und York sogleich an, sich zu bewaffnen und ihn zu begleiten. York nahm seinen alten Adams-Revolver mit, während Browning nur seinen Schlagstock dabei hatte. Als sie in der Wohnung von diesem Bruder Ignatius ankamen, empfing dieser den Inspektor mit großer Erleichterung und schüttelte ihm die Hand. In diesem Augenblick holte Patterson seinen Webley aus der Tasche und feuerte dreimal, ohne einen Augenblick zu zögern und ohne, dass ein weiteres Wort gefallen war, auf den Priester. Dieser war sofort tot. Dann drehte sich der Inspektor ruhig zu Browning und feuerte zwei Schüsse auf ihn ab. Ein Schuss ging daneben und der andere traf, worauf der Angeschossene zu Boden fiel. Dann taumelte Patterson rückwärts auf Constable York zu. Dieser stieß ihn wohl in einem Reflex der Überraschung von sich, holte nun seinen Adams-Revolver hervor und schoss nun seinerseits dreimal auf seinen Vorgesetzten, der daraufhin ebenfalls tot zu Boden fiel. Noch im Spital zeigte York mir seinen Adams-Revolver, einen Fünfschüsser und darin waren noch zwei Kugeln vorhanden. Die anderen drei wurden später aus der Leiche des Inspektors entfernt. Die verschiedenen Kaliber der Patronen entsprachen genau den Berichten von Browning und York. Beide waren sich auch einig, dass York zurechtgeschossen hatte, denn er wußte, dass der Inspektor noch eine Kugel im Lauf hatte. Ich merkte Holmes an, dass er von der Erzählung über die Maßen fasziniert war, was wenig verwunderte, da es mir selbst ebenso ging. Rasch wollte er wissen, was hat es denn nun mit diesem Bruder Ignatius auf sich? Lestrade holte tief Luft und erklärte, das ist auch so eine Sache. Ich bemühte mich während des gestrigen Tages mehr über ihn heraus zu bekommen. Die anderen Bewohner des Hauses haben ihn, wenn überhaupt, nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Niemand jedoch hatte mit ihm auch nur ein Wort gewechselt. Vom Hausbesitzer erfuhr ich, dass er seit dem vergangenen Dezember dort lebte. Der Vertrag wurde jedoch von einem Maklerbüro in Kensington abgeschlossen, sodass auch der Besitzer den Priester nie persönlich getroffen hatte. Dann beauftragte ich meinen Kontaktmann beim Londoner Bischof, sich nach einem Bruder Ignatius zu erkundigen und ob dieser vielleicht in Verbindung zu einer unserer Kirchen oder Gemeinden stehen würde, bis heute Morgen zumindest konnte aber auch er nichts herausbekommen. Der Priester war hellhäutig, sein Kopf war erst kürzlich kahl geschoren worden und nach Aussage des Gerichtsmediziners war er um die dreißig und in auffallend guter körperlicher Verfassung. Zähne, Hand und Fuß Nägel waren gepflegt. Die Wohnung war beinahe leer, als ob sie unbewohnt wäre. Ein einfacher Holztisch, ein Stuhl, im Schlafzimmer ein einfaches Bett und ein Kleiderschrank. In diesem fand sich etwas Unterwäsche, ein paar schwarze Lederschuhe und eine einfache schwarze Robe, die genau jener glich, die der Bruder zum Zeitpunkt seines Todes trug. Es fand sich also nichts, was auf die Identität des Bruders hinwies, keine Bücher oder sonstige Papiere, hackte Holmes nach. Nicht das Geringste. Das Einzige, was später an mich herangetragen würde, war, dass auf der Innenseite seines weißen Kragens, Sie wissen schon, also dieses Des Polars, versetzte Holmes ungeduldig. Ja, genau dort, also waren die Buchstaben S, J eingestickt. Holmes' konzentrierte Begeisterung schien noch weiter zuzunehmen. Er rief, Sozietas Jesu, ein Jesuit, war er denn Ausländer? Lestrade zuckte mit den Schultern. Browning meinte, er hätte den Inspektor in unauffälligem Englisch begrüßt. Sonst konnte ich tatsächlich nichts über ihn in Erfahrung bringen. Ich suchte deswegen sogar das Maklerbüro auf, doch dort erklärte man mir, die Anmietung der Wohnung sei von einem niederländischen Unternehmen in Auftrag gegeben und bezahlt worden. Also wissen wir lediglich, ich, faßte Holmes zusammen, dass er sich Bruder Ignatius nannte, unter Umständen Katholik war, ein diszipliniertes Leben führte, offenbar darauf bedacht war, seine Identität zu verbergen, irgendwelche Verbindungen in die Niederlande hatte und noch etwas scheint mir ganz deutlich. Er war mit Inspektor Patterson bekannt. Einerseits deutet die Geschwindigkeit daraufhin mit der Patterson dem Ansuchen in dem Telegramm Folge leistete, aber vielmehr noch, dass diese offensichtlich genau wußte, wo sich die Wohnung des Bruders befand, obgleich darüber keine Angabe in der Nachricht zu finden ist. Ja, so weit war ich auch schon, knurrte Lestrade. Aber das führt mich nun zum letzten Punkt. Ich fuhr gestern Abend zur Wohnung von Patterson, um seiner Frau mein Beileid zu bekunden, aber natürlich auch, um sie zu befragen, ob sie etwas Licht in die Sache bringen könnte. Als ich ankam, war die Wohnung leer. Ich erkundigte mich in der Nachbarschaft nach Mutter und Tochter und mehrere Leute meinten, sie hätten beide noch am Vormittag gesehen und hätten nichts Ungewöhnliches bemerkt. Was? fuhr Holmes in die Höhe. Sind Sie sicher? Am gestrigen Vormittag? Ja, ganz sicher, antwortete der Inspektor verwundert und holte sein Notizbuch hervor. Hier steht's. Mrs. Mrs. Caltip, eine Nachbarin, gab an, sie hätte gestern gegen elf Uhr Mrs. Patterson mit ihrer Tochter gesehen und auch mit ihr gesprochen. Sie waren bei bester Laune und mit ihren gewöhnlichen Besorgungen beschäftigt. Nun warf ich ein. Hätte es Mrs. Patterson nicht beunruhigen müssen, dass ihr Mann in der vergangenen Nacht nicht nach Hause gekommen ist? Nein, antwortete Lestrade kopfschüttelnd. Er hatte vorgestern Nacht Bereitschaft. Es war nicht ungewöhnlich, dass er auf seinem Zimmer im Hauptquartier schlief und erst nachmittags nach Hause ging. Bitte fahren Sie fort, Inspektor, insistierte Holmes. Ich entschied mich also gestern Abend, die Wohnungstüre der Pattersons aufzubrechen und mich umzusehen. Ich gewann den Eindruck, als hätten die beiden die Wohnung in Eile verlassen. Auf ersten Blick war alles recht ordentlich, bis auf das schmutzige Essgeschirr, das in der Küche gestapelt war und noch recht frische Essensreste aufwies. Im Schlafzimmer standen die Kleiderschränke offen und waren offenbar hastig ausgeräumt worden. Es lag ein einzelnes Stück Weißwäsche am Boden, ansonsten befand sich jedoch keine weitere in den Hiel nichts anderes ein, als einen Schutzmann abzustellen, der die Wohnung während der vergangenen Nacht beobachten sollte und mich verständigen, falls Mrs. Patterson und ihre Tochter zurückkehren würden. Heute Morgen, als ich von ihm erfuhr, dass dies nicht der Fall gewesen war, ließ ich ihn ablösen und entschied, sie aufzusuchen, Mr. Holmes. Mein Freund versuchte, seine Aufregung zu unterdrücken, was ihm nur mir gegenüber nicht gelang. Schließlich meinte er, genau wie sie sagten, Inspektor, völlig offensichtlich und doch unmöglich. Zunächst schien mir die Erklärung für dieses Mysterium auf der Hand zu liegen, wie könnte man einen langjährigen und wie sie sagten unbescholtenen Ordnungshüter dazu bekommen, so eine schreckliche Mordtat zu begehen, wohl nur durch die Androhung seiner Familie etwas anzutun, wenn er der Forderung nicht nachkommt. Dafür würde auch die merkliche Veränderung seiner Gemütsverfassung sprechen, von der sie berichteten. Dazu wäre es aber beinahe unabdinglich, die Familie oder zumindest ein Mitglied davon in Geiselhaft zu haben. Die bloße Drohung hätte den Inspektor wohl nur dazu gebracht, mit ihnen gemeinsam das Weite zu suchen. Da Frau und Tochter aber bis gestern noch wohl auf waren, ist dies wohl auszuschließen. Ferner hätte es auch gar keinen Sinn, die Entführung nach der Tat vorzunehmen, um so mehr als der vermeintlich erpresste Handlanger ja bereits tot war. Holmes schien eher zu sich selbst zu sprechen als zu uns. Es wäre selbstverständlich auch notwendig besser, über die Rolle dieses geheimnisvollen Priesters im Bilde zu sein, was dieser zu seinen Lebzeiten aktiv erschwert hat, durch sein Ableben nun aber beinahe verunmöglicht. Selten hatte ich es erlebt, dass Holmes Gedankenketten trotz der höchsten Anstrengung seinerseits derartig ins Leere führten. Zudem machte er den Eindruck, als würde ihn die geistige Exploration dieses Falles zunehmend beunruhigen, was ich an ihm wohl noch nie zuvor erlebt hatte. Nach einiger Zeit richtete er mehrere kurze Rückfragen an Lestrade. Sie sagten also, dass sie den Aussagen der beiden Constables aufgrund mehrjähriger Zusammenarbeit absolut vertrauen? York kenne ich zwar nur flüchtig, aber schon seit langer Zeit und für Browning lege ich jederzeit meine Hand ins Feuer. Gut, wann haben Sie persönlich Inspektor Patterson zuletzt gesehen? Lestrade ging in sich. Das muss wohl bei unserem Streit gewesen sein. Ja, ja, danach habe ich ihn erst wieder in der Wohnung des Priesters gesehen. Worum ging es bei dem Streit genau? Wie ich schon sagte, ich wollte wissen, warum er ständig abwesend war. Es ginge mich nichts an, meinte er, darauf sagte ich, dass es mich wohl etwas anginge, wenn sein Dienst beeinträchtigt wäre. Dann meinte er, ich sei nicht sein Vorgesetzter und er müsse mir gegenüber keine Rechenschaft ablegen, womit er im Grunde gar nicht Unrecht hatte, aber ich wurde eben wütend. und so gab eins das andere. Ich verstehe. Halten Sie es für möglich, dass er sich jemand anderem anvertraut hat? Natürlich kann ich es nicht beschwören, aber wenn ihm etwas peinlich oder sonst irgendwie unangenehm gewesen wäre, hätte er es mir gegenüber am ersten zur Sprache gebracht. Im Hauptquartier herrscht seit vorgestern Abend, wie Sie sich denken können, allgemeine Ratlosigkeit. Wenn dort jemand Bescheid wüsste, hätte er es wohl schon an mich herangetragen. Sie sagten, Sie hätten den Schutzmann vor der Wohnung ablösen lassen. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie immer noch bewacht wird, seit ihrem Einbruch unverändert ist und wir es erfahren würden, wenn sich dort etwas Davon gehe ich aus. Die Bereitschaft, mit welcher Lestrade Auskunft gab, ließ darauf schließen, dass wir alle drei gleichermaßen ratlos waren. Nachdenklich meinte Holmes endlich, wenn Sie Wert auf meinen Rat legen, obwohl ich eingestehe, selbst noch durchaus unschlüssig zu sein, dann würde ich folgendes vorschlagen. Ich bitte sehr darum, antwortete der Inspektor. Ich denke, ich habe nun in aller Breite dargelegt, dass ich nicht weiter weiß. Nun denn, begann Holmes. Ich würde Sie, Watson, ersuchen, sich zu dem Maklerbüro in Kensington zu begeben und diesem niederländischen Unternehmen weiter nachzuspüren. Es muss ein Grund dafür vorhanden sein, warum Bruder Ignatius seit zumindest einem Monat in London lebte. Ich selbst werde, in Ihrer Begleitung, Inspektor, sofern Sie einverstanden sind, zunächst den Schutzmann vor der Wohnung aufsuchen, ihm die Wichtigkeit seiner Aufgabe verdeutlichen, veranlassen, dass auch er bei Zeiten abgelöst wird und bei dieser Gelegenheit einen Blick in die Wohnung selbst werfen. Danach möchte ich selbiges in der Wohnung des Priesters tun. Schließlich begeben wir uns zum Hauptquartier von Scotland Yard, wo ich annehme, dass die beiden Leichen aufbewahrt werden, damit ich diese selbst begutachten kann. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese bislang nicht geöffnet wurden? Lestrade bestätigte, es wurden lediglich die Revolverkugeln entfernt. Abgesehen davon sollten sie unversehrt sein. Holmes sprang auf und verkündete, vortrefflich, Sie, Watson, können nach Bedarf zu uns stoßen, ansonsten kommen wir hier spätestens heute Abend wieder zusammen, je nachdem, wohin sie ihre unabsehbare Reise führt, und damit meine ich gewiss nicht die Niederlande, bevor sie eine Bemerkung in dieser Richtung beabsichtigen. Nur Mut, Gentlemen, wir haben viel vor uns, jedoch ebenso viel zu gewinnen. Im ersten Moment war ich etwas ungehalten darüber, dass Holmes mich zu einem einfachen amtlichen Botengang eingeteilt hatte. Doch die Erfahrung hatte mich gelehrt, dass keine seiner Entscheidungen jemals leichtfertig getroffen würde, und so fügte ich mich ohne lange zu protestieren. In der Kutsche nach Kensington ging ich Lestraths Erzählung in Gedanken noch einmal durch. Ein Inspektor, der in Anwesenheit von Zeugen und ohne ersichtlichen Grund einen unbewaffneten Priester erschießt und dann gar auf seine Kollegen losgeht. Unbegreiflich. Und dann war da eben noch dieser mehr geisterhafte als geistliche Bruder Ignatius, von dem niemand auch nur das geringste zu wissen schien. So kam ich nun allmählich zu der Einsicht, daß mein Weg nach Kensington durchaus von großer Bedeutung für den Fall war. Ich stand sozusagen an vorderster Front bei der Frage nach dem Priester, da Holmes und Lestrade eher mit den praktischen Aspekten des Tatherganges beschäftigt waren. Entsprechend ernst nahm ich nun meine Aufgabe und grübelte, wie ich wohl am effektivsten dabei vorgehen sollte, die verschlungenen Wege der Gelder zurück zu verfolgen, die dem Bruder seine Londoner Wohnung verschafft hatten. Plötzlich verfiel ich auf den Gedanken, meinen in Kensington lebenden Freund und ehemaligen Kampfgefährten Henry Sturgis um Hilfe zu bitten. Er hatte mir bei einem unserer letzten Treffen erzählt, dass er als Rechtsgelehrter vorwiegend mit Handelsfragen beschäftigt sei. So jemand wäre wohl ein beträchtlicher Gewinn bei der Aufgabe, die vor mir lag. Tatsächlich traf ich ihn zu Hause an. Nachdem ich ihm in groben Zügen beschrieben hatte, womit ich gerade beschäftigt war und ihm versicherte, er würde mir damit einen großen persönlichen Gefallen erweisen, erklärte er sich bereit, mich zu begleiten. In dem Maklerbüro erfuhren wir schnell den Namen der Firma, die die Wohnung des Priesters angemietet hatte. Verhöfen und Blom mit Sitz in Utrecht. Weitere Nachfragen ergaben jedoch, jeglicher Kontakt zwischen dem Büro und jener Firma auf brieflichem Wege und per Postanweisung erfolgt war. Des Weiteren brachte ich mit der fachkundigen Unterstützung meines Freundes Henry in Erfahrung, daß es gar nicht Verhöfen und Blom selbst war, sondern ein Utrechter Bankhaus, das in deren Auftrag handelte. Henry meinte bald, er müsse sich genauer damit beschäftigen und erreichte es sogar, daß ihm die gesamte Korrespondenz zu der Anmietung überlassen würde. Er würde seine Nachforschungen selbstständig weiterführen und mich sogleich informieren, wenn er etwas zutage gebracht hätte. Daß dabei Eile geboten war, da es sich ja um die Untersuchung eines Verbrechens handelte, mußte ich ihm nicht lange erklären und so überließ ich diese Aufgabe getrost und dankbar seinen fähigen Händen. Mittlerweile war die Sonne im Begriff unterzugehen und ich entschied, mich ohne weiteren Umweg in die Baker Street zu begeben. Ich erwartete Holmes voller Ungeduld, nicht nur um zu erfahren, ob er irgendwelche neuen Erkenntnisse gewinnen konnte, sondern auch um ihm mit einiger Selbstzufriedenheit zu melden, dass meine Untersuchung zwar noch nichts Konkretes ergeben hatte, sich aber in den denkbar besten Händen befand. Gegen 8 Uhr abends kam Holmes endlich zurück. Schon bei seinem Eintreten gewann ich den Eindruck, als wäre er noch verwirrter und noch unzufriedener als am Morgen. Erschöpft ließ er er sich in seinen Lehnstuhl fallen und zündete sich seine Pfeife an. Er war offenbar immer noch dabei, angestrengt, seine Gedanken zu ordnen, denn er bemerkte weder mich noch meinen Abendgruß. Ich gewährte ihm einige Zeit, um sich zu sammeln, doch schließlich überkam mich die Neugierde. Mein lieber Holmes, was ist denn geschehen? Konnten Sie etwas Neues erfahren? Spannen Sie mich doch nicht derartig auf die Folter. Als hätte ich ihn aus einem Traum gerissen, blickte er plötzlich beinahe schreckhaft zu mir. Er rieb sich die Augen und meinte endlich, ach, Watson, bitte verzeihen Sie mir. Dieser Fall gleicht keinem, mit dem ich je befasst war. Alles ganz klar und doch unmöglich. Wieder verfiel er in nachdenkliches Schweigen. Als ich dazu anhob, ihn zu drängen, mir doch endlich von seinen Erlebnissen zu berichten, kam er dem mit einer raschen Handbewegung zuvor und begann von selbst zu erzählen. Wir hielten uns an meinen Plan. Wir suchten die Wohnung der Patersons in der Longcroft Road, nördlich des Surrey Kanals auf. Nachdem ich mich kurz mit dem abgestellten Schutzmann unterhalten habe, der nach wie vor keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden hatte, sah ich mich in der Wohnung um. Danach fuhren wir nach Stockwell zur Wohnung des Priesters. Ich muss zu Lestrades Ehren und zu meiner Zeitverschwendung war. An beiden Orten konnte ich auch nach genauester Untersuchung nichts finden, was den Beobachtungen von Lestrade etwas Nennenswertes hinzufügen würde. Mein erster Ansatz zur Lösung von all dem war zunächst, wie Sie sich sicher denken können, Watson, dass der Inspektor einfach irgendetwas übersehen hatte. So habe ich ging es im Scotland Yard Hauptquartier weiter. Ich befragte die Constables York und Browning erneut, um dieselbe Geschichte noch einmal aus deren Munde zu hören. Und auch an den Leichen konnte ich nichts finden, was uns weiterbringen würde. Sie gehen etwas hart mit sich ins Gericht, Holmes, unterbrach ich ihnen. Ich würde das nicht als Zeitverschwendung bezeichnen, sondern lediglich als genaues Arbeiten, was doch wie oft haben wir es schon erlebt, dass der gute Inspektor etwas übersehen hatte oder die falschen Schlüsse aus den vorhandenen Tatsachen zog, dass dies hier nun nicht der Fall ist, wie Sie bereits sagten, aber einfach davon auszugehen, wäre unsererseits doch etwas nachlässig gewesen, finden Sie nicht? Ach, mein guter Watson, antwortete Holmes, während ihm ein winziges Lächeln über das Gesicht huschte. Sie haben ja recht. Doch dies ändert nichts daran, dass ich in diesem Fall anstehe, hilflos anstehe, Watson, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie auch nur ein erster Ansatz aussehen müsste, um Licht in diese Sache zu bringen. Damit sind Sie nicht alleine, setzte ich etwas resigniert hinzu. Aber hören Sie weiter, das Tollste habe ich Ihnen ja noch gar nicht erzählt, setzte Holmes nun fort. Ich war also mit Lestrade in der Leichenhalle, es muss gegen sechs Uhr gewesen sein, als plötzlich ein schriller Alarmton durch das ganze Gebäude halte. Wir liefen hinauf und erfuhren, dass offenbar ein Gefangener aus einer Zelle im Erdgeschoss ausgebrochen war. Der wachhabende Beamte beschwörte, dass Cecil Clay, ein Kleinganove aus St. Giles, noch vor fünf Minuten eingeschlossen in seiner Zelle saß. Er berichtete weiter, dass Constable York vor wenigen Minuten zu ihm in den Zellentrakt gekommen wäre und ihm aufgetragen hätte, einige Akten aus den oberen Stockwerken zu besorgen. Als der Beamte zurückkehrte, stand Clays Zelle offen und von ihm sowie von Constable York fehlte jede Spur. Einige Augenblicke später wurden wir zum hinteren Ausgang des Gebäudes, der Richtung Parliament Street zeigt, gerufen, auch diese Türe stand offen und auf der Straße lag Constable York, leblos in seinem Blut. Man brachte seine Leiche hinein und wir stellten bald fest, dass er durch einen Messerstich ins Genick getötet worden war. Sofort wurde die Fahndung nach Clay ausgerufen, die, während wir hier sprechen, wohl in vollem Gange ist. Nun holte Holmes die Fotografie eines Strafgefangenen mit trübem Blick und schlechten Zähnen aus seiner Jacke und reichte sie mir. Unterhalb des Bildes stand gedruckt, Cecil Walton Clay Da ich mir keinen großen Nutzen davon versprach, mich der Jagdmeute persönlich anzuschließen, begutachtete ich die Zellentür sowie jene des Hinterausganges. An beiden Schlössern war nicht die geringste Beschädigung zu sehen. Einigermaßen verstört fragte ich, aber das würde ja bedeuten, dass York diesem Ganoven erst zur Flucht verholfen hat und daraufhin von diesem niedergestochen wurde? Ganz genau, antwortete Holmes nickend. Ich blieb noch einige Zeit, um mich umzusehen und die anwesenden Beamten zu befragen. Ein weiterer Schutzmann meinte, er habe York und Clay auf dem Flur gehen sehen. Clay war in Handschellen und der Constable führte ihn am Arm. So dachte er sich nichts dabei. Alles verweist eindeutig auf eben jenen simplen Hergang, den Sie gerade beschrieben haben. Bedenken Sie auch, dass ich Constable York persönlich kurze Zeit zuvor befragt hatte. Dabei schien er in keiner Weise aufgeregt und wiederholte seine Aussage in schlüssiger, knapper und einem Polizisten gebührender Art. Wieder völlig offensichtlich, aber eigentlich unmöglich. Und nun stehen wir vor einem zweiten Rätsel, wo erneut ein tadelloser Beamter ohne ersichtlichen Grund von einem Augenblick zum nächsten zum Straftäter wird. Genauso wie es unerklärlich scheint, dass ein Polizeiinspektor ohne Anlass und ohne zu zögern auf einen Priester feuert, so unklar ist mir, weshalb dieser Klee es seinem Befreier danken danken sollte, indem er ihn von hinten ersticht. Und wenn dem so war, dann frage ich sie Watson, wo kam das Messer her? In der Zelle gab es keine Möglichkeit, ein solches zu verstecken, darauf habe ich geachtet. Die Gefangenen im Hauptquartier, die in den meisten Fällen nur übergangsweise dort inhaftiert sind, werden regelmäßig durchsucht. Der Ganove müsste es also fertig gebracht haben, York ein Messer abzunehmen und diesen daraufhin dazu zu bringen, ihm den Rücken zu zu kehren, um seinen Stich ausführen zu können und dies alles am Ende noch in Handschellen. Aber denken wir es weiter, dass York aus uns unbekannten Gründen jenen Clay befreit hat, sowohl aus der Zelle wie auch aus den Handschellen. Anstatt gemeinsam zu flüchten, ohne eine Spur zu hinterlassen, entschließt sich Clay seinen Verbündeten an Ort und Stelle zu morden, wo seine Tat in kürzester Zeit offenbar wird. Hätte eine Einigkeit zwischen beiden bestanden, so könnte Clay diese ausgenutzt haben, um York von hinten zu überraschen. Aber anstatt damit zu warten, bis die Gelegenheit günstiger ist, vielleicht bis eine Möglichkeit besteht, die Leiche zu verbergen oder gar die wärmende Uniform an sich zu nehmen, macht es sich Cecil Walton Clay zum Sport, vor einer Armee von Beamten, die ihn des Polizistenmordes bezichtigt, mit geringstmöglichem Vorsprung zu fliehen, zu Fuß, mit dünnen Schuhen und der wenig warmen, aber dafür höchst auffälligen Gefangenenbekleidung, hinaus in die bitterkalte Winternacht. Was er zurücklässt, ist der geladene Adams-Revolver und die 18 Schilling, die York bei sich hatte. Beides könnte sich auf der Flucht als nützlich erweisen. Was er stattdessen mitnimmt, ist ein paar Handschellen und ein nicht näher bestimmtes etwa 5 Zoll langes flaches Stichwerkzeug. Holmes, der während seiner Ausführungen wild im Zimmer umhergelaufen war, schlug nun wütend mit beiden Fäusten auf die Tischplatte. Sie werden mir wohl Recht geben müssen, Watson, wenn ich behaupte, dass dies alles keinen Sinn ergibt. Es ist wie eine ansteckende Krankheit, die entweder unter Priestern, Polizisten und Ganoven kursiert oder aber einzig und allein in meinem Kopf wütet. So als ob der Wahnsinn wie ein Floh von einer Person zur nächsten hüpfen würde, von Inspektor Patterson zu Constable York und von diesem zu Cecil Clay, welcher ihn nun in die Welt hinaus trägt, sollte er weiter als bis zur nächsten Straßenecke kommen. In diesem Augenblick klopfte es leise an die Türe und Mrs. Hudson steckte vorsichtig den Kopf durch den halb geöffneten Spalt. Mr. Holmes, Inspektor Lestrade wünscht sie für einen Augenblick zu sprechen. Er wartet vor der Türe, wollte aber nicht heraufkommen. Er sagte, er sei in Eile. Ich hatte kaum Zeit gehabt, mich aus meinem Sessel zu erheben, als Holmes schon die Treppe hinunter gesprungen war. Ich hörte noch, wie der Inspektor einige Worte an Holmes richtete, konnte aber nichts verstehen. Dann wurde die Eingangstüre lautstark zugeschlagen. Haben Sie vielen Dank, Mrs. Hudson. Gehen Sie ruhig zu Bett, wir erwarten heute keinen weiteren Besuch, rief mein Freund, während er in unvermindertem Tempo die Stiegen wieder hinaufgelaufen kam. Im Wohnzimmer befahl er, ziehen Sie sich etwas Warmes an und holen Sie Ihren Revolver, Watson. Wir sind in höchster Eile. Ich besorge eine Droschke und erwarte Sie. Wo fahren wir hin, Holmes? Was haben Sie und Lestrade denn besprochen? lautete meine erste Frage, sobald wir in der Kutsche in südöstlicher Richtung unterwegs waren. Er war zwar in Eile wegen der groß angelegten Suche nach Cecil Clay, hatte aber kurz zuvor etwas erfahren, was er als wichtig genug erkannte, um mich darüber zu informieren. Es wurde Lestrade berichtet, dass Constable York heute, am frühen Abend, also kurz bevor er seine verstörende Befreiungsaktion startete, noch etwas anderes, durchaus bemerkenswertes unternommen hatte. Er war in die Longcroft Road zur leerstehenden Wohnung der Pattersons gefahren und hatte den dort eingeteilten Schutzmann auf Lestrades Anweisung, wie er ihm gegenüber behauptete, abgezogen. So einen Befehl hat Lestrade selbstverständlich nie gegeben, wie er mir soeben selbst versicherte. Das ist die erste Wendung in diesem vertragten Fall, die durchaus Sinn ergibt. Nach allem, was heute Abend geschehen ist, scheint unsere kleine Observierungsaktion einer leeren Wohnung wohl recht zweitrangig, oder nicht? Ich nickte. Holmes fuhr fort. Wenn ich eine Ablenkung sämtlicher Polizeikräfte Londons auf die Beine stellen wollte, dann wäre der Vorfall mit Clay und York dafür vortrefflich geeignet. Verstehen Sie, Watson, alles, was ich gerade in der Baker Street als so ausnehmend sinnlos beschrieben habe, erscheint unter diesem Gesichtspunkt nun geradezu zwingend logisch. Der Täter ist bekannt und die Tat ist hinreichend ernst, um den Eindruck einer akuten Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu erwecken. Clay ist mit einem Messer unterwegs, kann aber noch nicht weit gekommen sein. Der rote Fuchs hat seine Farbe im nahen Gestrüpp sehen lassen und die Meute hat nun ein klares Ziel und eine Richtung, wenn Sie mir diesen Jagdvergleich gestatten. Wofür sich im Augenblick niemand interessiert, ist eine kleine leere Wohnung nördlich des Surrey Kanals. Wer oder was auch immer hier die Fäden zieht, hat es offensichtlich auf die Hinterbliebenen von Inspektor Patterson abgesehen oder zumindest auf etwas, was sich in deren Behausung befindet. Bitte fragen Sie mich nicht, wie es gelungen ist, Constable York für diese Sache einzuspannen, aber seine letzten Handlungen offenbaren mir Wenn ich damit recht habe, dann geschieht das, was auch immer in der Longcroft Road geschehen soll, gerade jetzt. Ich hoffe nur, dass es noch nicht zu spät ist. Was sollen wir also tun, wenn wir dort sind, wollte ich wissen. Wir werden uns bemühen, höchst unauffällig zu bleiben und uns auf die Lauer legen. Alles weitere wird sich dann hoffentlich ergeben. Wir ließen unsere Droschke in einigem Abstand zu der Wohnung des verblichenen Inspektors halten und gingen das letzte Stück zu Fuß. In einer kleinen Seitengasse fanden wir hinter einigen dort abgestellten Holzbrettern eine Stelle, von der aus wir die nähere Umgebung der Wohnung unbemerkt überblicken konnten. In höchster Anspannung warteten wir ab. Nach etwa zehn oder fünfzehn Minuten der atemlosen Stille wurde in der Wohnung plötzlich ein Licht angezündet. Ich wollte sogleich unser Versteck verlassen, aber Holmes hielt mich zurück und flüsterte Warten Sie! Unsere Position ist im Augenblick zu wertvoll, um sie leichtfertig aufzugeben. Wer sich auch immer in dieser Wohnung befindet, kann diese nicht verlassen, ohne dass wir ihn von hier aus sehen. Dies ist der einzige Ein- und Ausgang, alle Fenster gegen die Rückseite sind vergittert, davon konnte ich mich heute morgen überzeugen. Es fiel mir schwer, tatenlos an Ort und Stelle zu verharren, ich mußte Holmes jedoch Recht geben. Wir lauschten angestrengt, ob vielleicht irgendetwas zu hören war, es herrschte jedoch Totenstille. Dann vernahmen wir leise Schritte, die sich linkerhand von der gegenüberliegenden Straßenseite aus näherten. Nun sahen wir im schwachen Schein der Straßenlaternen einen dicken Herrn mit Vollbart und in ärmlicher Kleidung, der langsam auf die Wohnungstüre zuging. Dort angekommen, spähte er vorsichtig durch die erleuchteten straßenseitigen Fenster. Schließlich ergriff er den Türknauf und stellte fest, dass die Türe verschlossen war. Nachdem er sich zu beiden Seiten umgesehen hatte und sich offenbar unbeobachtet fühlte, holte er etwas aus seiner Hosentasche und kniete sich vor das Türschloß. Plötzlich erklang ein Geräusch, das ich aus meiner Vergangenheit nur allzu gut kannte und welches sich hoffte, nie wieder hören zu müssen. Es war das schrille Pfeifen eines Geschosses, das aus einiger Entfernung abgefeuert in seinem tödlichen Anflug die Luft zerriss. Seltsam nur, dass dem kein hörbarer Schuss vorangegangen war. Der dicke Herr war getroffen. Er fiel zur Seite und begann sogleich unter Ächzen und Stöhnen am Boden entlang zu kriechen, hin zu der linken Seitengasse und weg von der eindeutigen Schussrichtung. Beinahe hatte er sie erreicht und sich wieder auf die Beine gestellt. Da kam ein zweiter Schuss geflogen, der den Unglücklichen nun endgültig zu Fall brachte. Er stürzte lautstark gegen eine Tonne aus Metall und schreckte so einige streunende Katzen auf, die fauchend in alle Richtungen davon liefen. Holmes versuchte mich daran zu hindern, aber ich riß mich los und stürzte auf den Angeschossenen zu. Es war wohl ein Impuls aus alten Kriegstagen, der meinem Körper noch inne wohnte. Ich hatte mir ausgerechnet, dass ich in der Seitengasse ausreichend Deckung finden würde und das Opfer aus der Schussbahn ziehen könnte, um ihm so vielleicht das Leben zu retten. Ich war etwa auf halber Strecke, als ein weiterer unhörbarer Schuss genau vor meinen Füßen in den Boden schlug. Eine laute Männerstimme mit starkem französischen Akzent rief »Mr. Orms, Dr. Watson, vermeiden Sie es der Leiche, noch einen Schritt näher zu kommen, oder ich bin gezwungen, Sie zu erschießen. Sollten Sie dementsprechend, so versichere ich Ihnen, dass Sie von mir nichts zu befürsten haben. Ich blieb stehen und hielt meine Hände in die Höhe. Aus der Richtung der Schüsse kam nun eine Gestalt gelaufen. Allmählich erkannte ich einen Mann mit breitem schwarzen Hut und Priesterkutte. Er hielt eine höchst seltsame Schusswaffe in Händen, von der ich nicht gleich sagen konnte, ob es sich dabei um eine lange Pistole oder ein kurzes Gewehr handelte, erhielt sie zunächst mit beiden, dann jedoch nur noch in einer Hand auf mich gerichtet. Holmes war inzwischen hinter mich getreten. Der augenscheinliche Priester lief nun an uns vorbei, blieb etwa vier Schritte vor dem bärtigen Mann am Boden stehen und platzierte einen weiteren gezielten Schuss in dessen Kopf. Die Waffe machte dabei ein Geräusch, das kaum lauter war, als wenn ein Federball von einem Schläger getroffen würde. Während er die Leiche noch einige Zeit begutachtete und dabei von uns abgewandt stand, nutzte ich die Gelegenheit, meinen Revolver hervorzuholen und auf ihn anzulegen. Ich spannte den Hahn und sagte vor Aufregung zitternd, Lassen Sie Ihre Waffe fallen und erklären Sie sich, Sir, ich werde nicht zögern, die meinige zu gebrauchen, sollten Sie anstalten machen, zu fliehen. Der Kuttenträger erhob nun seinerseits die Hände, drehte geschickt seine Waffe in der Hand, so daß er sie nun den Griff voraus mit dem Lauf nach unten hielt und drehte sich langsam um. Herzlich lachend meinte er, der wackere Dr. Watson nehme ich an, Sie machen Ihrem Ruf alle Ehre, Sie können aber ganz beruhigt sein, soweit ich es zu beurteilen vermag, droht nun keinerlei Gefahr mehr. Dann sah er zu Holmes, streckte ihm behutsam den Griff seiner Waffe entgegen und setzte fort, so müssen Sie wohl der große Detektiv Sherlock Holmes sein oder sollte ich sie beide in dieser kalten dunklen Nacht am Ende gar vertauscht haben? Holmes nahm ihm die Waffe ab und sagte Watson, behalten Sie unseren Frankophonen Geistlichen zunächst vor Ihrem Lauf. Ich nickte und hielt mich schussbereit. Nun wandte sich Holmes an den Priester. Sie haben ganz Recht. Ich bin tatsächlich Sherlock Holmes und dieses Doktor Watson. Sie werden verstehen, dass wir zu einiger Vorsicht gezwungen sind nach dem, was wir gerade beobachten konnten. Auch wenn ich Ihnen gestehe, dass ich die gegenwärtige Situation noch nicht zur Gänze überblicke, so steht es außer Zweifel, dass wir beide eben Zeugen Ihres Mordes an diesem Herrn würden, Monsieur. Unabhängig von Ihrer Erklärung, um die ich Sie nun bitte, werden Sie sich dafür zu verantworten haben, das versichere ich Ihnen. Der Priester antwortete lächelnd, während er die Hände erhoben hielt. Selbstverständlich, Mr. Holmes, Sie verhalten sich durchaus korrekt, und ich habe jedes Verständnis für Ihre Lage. Gestatten Sie mir nur zunächst, um jedes Missverständnis von vornherein aus der Welt zu schaffen, Ihnen meinen Begleiter vorzustellen, damit wir uns alle darüber im Klaren sind, mit wem wir es zu tun haben. Im Anschluss daran würde ich Sie beide ebenso ersuchen, etwaige Begleiter aus Ihrer Deckung zu rufen. Holmes sah mich an, um sich meiner Bereitschaft zu versichern, und nickte dann dem Priester zu. Dieser rief zur Wohnung hin, Bertrand, c'est bon, komm heraus, wir sind unter Freunden. Nun öffnete sich langsam die Wohnungstüre und es erschien ein etwa sechseinhalb Fuß großer, kräftiger Mann mit Zylinder und einem dicken schwarzen Kutschermantel, der mit gemessenem Schritt auf die Straße hinaus trat. Darf ich vorstellen, Bertrand, mein treuer Kutscher? Bertrand, dies sind Sherlock Ohms und Dr. Botzen. Auch wenn der gute Doktor nach wie vor seine Waffe auf mich rüstet, sei unbesorgt, er ist nur vorsichtig. Unter dem Zylinder des Kutschers Kutschers vermochte vermochte ich ein finsteres, bedrohliches Augenpaar zu erkennen, das mich regungslos fixierte. Es war mir durch die diplomatische Art des Priesters zwar etwas peinlich geworden, meine Waffe im Anschlag zu behalten, ich wollte jedoch noch nicht vollständig auf meine Defensive verzichten, und so ließ ich den Revolver nur ein Stück weit sinken. Holmes meinte nun, ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen und versichere Ihnen, dass wir ebenfalls nur zu zweit sind, Monsieur, äh, ach, verzeihen Sie bitte, ich pflege während meiner Arbeit ab und an auf die grundlegenden Umgangsformen zu vergessen, ich bin Bruder Michael und stehe zu Ihren Diensten. Damit nahm er seinen Hut ab und machte eine für einen Priester höchst untypische höfische Verbeugung. Sehr erfreut, entgegnete Holmes in gefährlicher Freundlichkeit. Nun seien Sie bitte so gütig, Bruder Michael, und sagen Sie uns, wer der Mann war, den Sie gerade erschossen haben, was er hier wollte und wie Sie beide hier ins Bild passen. Bruder Michael trat einen Schritt auf uns zu. Ah, me, oui, Sie haben Fragen, viele Fragen, Mr. Holmes, das leuchtet ein, und ich denke, ich eine oder andere Antwort geben, doch zuvor gestatten Sie mir noch eine durchaus armlose, allerletzte Frage an Sie beide zu richten? Wir stimmten zu. Überaus großzügig von Ihnen haben Sie vielen Dank. Ich möchte Sie fragen, werte Ehren, was Sie davon halten, wenn ich Ihnen gestehe, mit diesen Worten trat er noch näher an Holmes und mich heran und schien unsere Gesichter sehr genau zu beobachten. Was würden Sie also davon halten, wenn ich Ihnen gestehe, dass ich große Lust dabei empfinden würde, wenn ich Ihrer, wenn auch etwas überreifen königlichen Perle Victoria ihr prächtiges Interteil versohlen könnte? Diese Frage überraschte Holmes wohl ebenso sehr wie mich selbst. Mit aufgerissenen Augen blickten wir einander kurz an. Ehe wir noch beginnen konnten, nach einer adäquaten Antwort zu suchen, kam uns der Priester zuvor. Ausgezeichnet! Haben Sie tausend Dank, meine Ehren, das genügt mir voll und ganz. Bertrand! Er richtete nun eine kleine Geste an seinen Kutscher, unter dessen weitem Mantel nun das Geräusch von zwei Waffenhähnen, die aus der Spannung in ihre Ruhelage zurückgebracht wurden, deutlich zu vernehmen war. Daraufhin verschwand Bertrand in der Richtung, aus der der Priester anfangs gekommen war. Dieser sagte nun, »Bitte verzeihen Sie mir diese Geschmacklosigkeit, es wird sich alles aufklären. Um nun sämtliche Ihrer Fragen zu beantworten, lassen Sie uns eine kleine Abmachung treffen, mit der beide Seiten leben können und damit sämtliches Misstrauen zwischen uns beseitigen.« »Ich höre,« antwortete Holmes. »Bertrand ist losgegangen, um unseren Wagen zu holen. Ich schlage vor, dass wir unsere Unterredung an einem etwas weniger unwirtlichen Ort fortsetzen. Dazu biete ich an, dass auch mein Kutscher Ihnen seine Waffen aushändigen wird. Sie können uns beide im Anschluss durchsuchen, wenn Ihnen der Sinn danach steht. Im Weiteren werden wir unseren zunächst noch unbekannten Verblichenen dort in eine Kiste packen und diese auf meiner Kutsche mit uns führen. Wo Ihnen die Reise geht, entscheiden Sie, falls Ihnen ein geeigneter Ort bekannt ist, der uns die nötige Privatsphäre bietet. Im Gegenzug bitte ich Sie lediglich darum, mir zu gestatten, meine Erklärungen zu Ende führen zu dürfen, bevor Sie die Polizei verständigen. Über den Verbleib der Kiste sowie mein persönliches Schicksal entscheiden Sie im Anschluss daran. Bertrand, der heute Abend keinerlei Straftat begangen hat, wird sich Ihren Wünschen nicht entgegenstellen, sich aber zurückziehen, wenn es seine Absicht sein sollte. Über diesen letzten Punkt bin ich nicht bereit zu verhandeln. Wäre dies annehmbar für Sie beide? Wir berieten uns kurz und kamen überein, dass wir einverstanden waren. Holmes schlug vor, die Unterredung in der Baker Street abzuhalten und verlangte zudem noch, einen Blick in die Wohnung der Pattersons zu werfen, bevor wir losfuhren. Bruder Michael willigte ein. Sogleich näherte sich ein großer, eleganter Zweispänner, auf dessen Bock die riesenhafte Gestalt Bertrands schon von Weitem zu sehen war. Der Priester und sein Kutscher verbrachten den Leichnam fachmännisch in eine schwarze Holzkiste und luden diese auf eine spezielle Vorrichtung am hinteren Ende der Kutsche, wodurch sie keinerlei Verdacht auf sich zog. Bertrand überreichte mir wortlos zwei schwere, glänzende, offenbar amerikanische Colts. Wir tasteten beide ab und versicherten uns so, dass sie nun unbewaffnet waren. Daraufhin bestiegen Holmes und ich gemeinsam mit dem Priester das bequem ausgepolsterte Innere der Kutsche und fuhren los. Unterwegs besah sich Holmes die merkwürdige Waffe des Priesters. Erinnern Sie sich, Watson, als wir vor etwa zwei Jahren Sebastian Moran überführten? Dieser hatte eine ähnliche Fabrikation bei sich, ein beinahe lautlos schießendes Luftgewehr. Dies jedoch verschießt gewöhnliche Munition durch Treibladungen und ist dabei noch leiser. Von einer solchen Erfindung ist mir bislang nichts zu Ohren gekommen. Hier mischte sich Bruder Michael ein. Das ist nur eines jener Werkzeuge, die ich bedauerlicherweise gezwungen bin, bei der Ausübung meiner Arbeit zur Anwendung zu bringen. Sollten Sie beschließen, mich heute Abend verhaften zu lassen, wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie mich dieses Gerät zerstören ließen. Sie werden mir gewiss zustimmen, dass so etwas nicht in die falschen Ende geraten sollte. Holmes gab kühl zurück. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht davon überzeugt, ob Ihre Hände denn die richtigen sind. Bei allem Respekt, Bruder Michael. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie weder Priester noch Katholik sind? Äußerst scharfsinnig, Mr. Holmes. Ich sehe schon, man kann Ihnen nur schwerlich etwas vormachen. In diesem Fall befinden Sie sich jedoch im Irrtum. Meine Bruderschaft, oder vielmehr mein Arbeitskreis, wie ich es nennen würde, ist eine kleine Schachtel in einer Schachtel in einer Schachtel, die sich in einer etwas größeren Schachtel befindet, die man weit in als die katholische Kirche bezeichnet. In deren Auftrag und im Einklang mit ihren Grundsätzen verbringe ich mein Leben. So könnte man durchaus behaupten, ich sei ein Priester und ebenso Katholik, obgleich mein Arbeitsalltag noch wenig mit dem eines gewöhnlichen Priesters gemein hat. Ist ein gewisser Bruder Ignatius ebenfalls ein Mitglied Ihres Arbeitskreises? wollte Holmes sogleich wissen. Bruder Michael ließ den Blick sinken. Ah oui, Bruder Ignatius. Ich war äußerst bestürzt, als ich von seinem Schicksal erfuhr. Er war es auch, der mich nach London rief. Ich sah Holmes an, der seine innere Aufregung inzwischen wieder deutlich besser zu beherrschen vermochte. Na, ich sehe schon, Ihre Neugierde ist groß, nur Geduld, meine Ehren, ich werde mich, sobald wir unser Ziel erreicht haben, zu ihrer vollen Zufriedenheit erklären, bemerkte Bruder Michael. Im Wohnzimmer angekommen, schürte Holmes das Kaminfeuer, bot unseren unheimlichen Besuchern einen Platz auf der Couch an und servierte heißen Tee. Ich war mir immer noch nicht im Klaren darüber, wie weit wir den beiden unser Vertrauen schenken sollten und ließ meine Hand während der folgenden Unterhaltung am Revolver, unter meiner Jacke, die ich mir über die Knie gelegt hatte. Schließlich nahm auch Holmes Platz und bedeutete Bruder Michael zu beginnen. Dieser nippte an seinem Tee, rieb sich genüßlich die Hände und erhob sich. Ganz wie ein Priester in der Kirche sprach er stehend zu uns. Mr. Holmes, Dr. Watson, was ich im Begriff bin, Ihnen zu offenbaren, bezeichnet man in meinen Kreisen als geheimes Wissen. Damit geht eine gewisse Verantwortung einher, wie Sie sicherlich bald einsehen werden. Ich habe mich dazu entschlossen, mich Ihnen anzuvertrauen, da Sie, Mr. Holmes, dem Gegenstand meiner Arbeit offenbar so nahe gekommen sind, dass es fahrlässig von mir wäre, Sie nicht auf die damit einhergehenden Gefahren hinzuweisen. Jeder gewöhnliche Mensch würde meinen Worten selbstverständlich keinen Glauben schenken und mich an eine ihrer berüchtigten Irrenanstalten verweisen. Ein verständiger Mensch wird jedoch bald einsehen müssen, dass ich die Wahrheit spreche und so kann ich mir die Versicherung, dass ich Sie nicht belügen werde, getrost ersparen und es Ihrem geschätzten Urteilsvermögen überlassen, ob Sie mir nun glauben oder nicht. Lassen Sie mich mit einer kuriosen Beobachtung beginnen. Wir vier, wie wir hier sitzen, sind heute Abend aus demselben Grund zusammengekommen, wenn auch mit verschiedener Absicht. Sie, Mr. Holmes, wie ich, lagen heute vor der Wohnung jenes unglücklichen Inspekteurs auf der Lauer, ohne zu wissen, wen genau wir zu erwarten hatten. Sie sind einer Reihe von Hinweisen gefolgt, die sich aus der Natur unseres gemeinsamen Widersachers ergeben haben. Ich hingegen hatte von Anfang an jenen Widersacher selbst im Blick. Es erscheint mir als bezeichnend, dass unsere verschiedenen Ansätze offensichtlich zum selben Ort geführt haben, nämlich jener Wohnung in der Longcroft Road. Nun kurz zu der Natur unseres Widersachers. Es existieren Wesen oder Entitäten, wenn Sie so möchten, die sind sehr alt. Sie bewohnen unsere Welt vermutlich länger, als der Mensch es tut. Woraus diese Wesen in stofflicher Hinsicht bestehen oder in welchem Medium sie sich bewegen, ist bislang völlig ungeklärt. Gesichert ist jedoch die Tatsache, dass sie es vermögen, Besitz von jedem beliebigen Menschen zu ergreifen und die Kontrolle über seine Taten und Worte innezuhaben. Dies geschieht jedoch nur äußerst selten, da unsere Körper für sie unter gewöhnlichen Umständen in einer Gefängniszelle gleichen. Es ist nicht bekannt, ob sie sich in ihrer Reinform, also ohne menschlichen Wirtskörper, bemerkbar machen oder sich in sonstiger Weise auswirken können. Wir wissen jedoch, dass sie im Falle des Ablebens ihres Wirtes keinerlei Schaden erleiden, sondern dadurch lediglich ihren Zugang in unsere Welt verlieren. Ich hoffe, dass mir eben dies am heutigen Abend gelungen ist. Sie werden nun vermutlich die starke Assoziation zu dem Begriff Dämon hegen. Darin liegt durchaus ein Fünkchen Wahrheit, wobei ich persönlich nicht daran glaube, dass jene Wesen die Untertanen Satans sind und aus der Ölle kommen. Sie erscheinen uns als übernatürlich, obgleich sie eine Natur besitzen und dieser folgen, ebenso wie die Vögel am Himmel, die Fische im Wasser, sie, Mr. Holmes, ich, der Dr. Bertrand oder Kaiser Franz Josef I. von Österreich-Ungarn. Sie besitzen auch Persönlichkeit und Individualität. Das Individuum, welches wir heute vermutlich dorthin geschickt haben, wo es er gekommen ist, erhielt vor langer Zeit den Namen Azazel. Ich bin persönlich mit ihm bekannt, wobei Sie mir dieses unbeabsichtigte Wortspiel verzeihen müssen. Selbstverständlich ist mir Azazel in der Form verschiedener Personen begegnet, wenn auch noch nicht persönlich. Sie verstehen, ähm, pardon. Ich selbst würde ihre Natur in Abgrenzung zu dem erwähnten Begriff Dämon auch durchaus nicht als böse bezeichnen. Aus unserer menschlichen Perspektive mögen sie uns vielleicht als arrogant oder grausam erscheinen. Sie blicken auf uns in derselben Weise herab, wie wir es beispielsweise mit unserem Nutzvieh tun. Sie verfahren mit unseren Körpern, wie es ihren uns weitgehend unbekannten Zwecken entspricht. Wir haben es also lediglich mit einer Lebensform zu tun, die in und wider Besitz von unseren Körpern ergreift, ähnlich dem neu entdeckten Pockenerreger. Hätte ich Ihnen vor 200 Jahren etwa versucht zu erklären, dass es winzig kleine Tierchen in unserem Körper sind, die jene grauenvolle Krankheit bewirken, ohne dabei einer böswilligen Absicht zu folgen, sondern lediglich ihrer Natur. So hätten Sie mich für verrückt erklärt, nespa? Nun aber zu unserem heutigen, etwas speziellen Fall. Wie Sie nun sicher und absolut zu Recht vermuten, hat sich mein Orden die Aufgabe gestellt, diese Wesen zu beobachten, zu studieren und in gegebenem Fall ihrem Treiben gewisse Grenzen zu setzen. In dieser Absicht kam vor etwas über einem Monat mein Schüler, Bruder Ignatius, nach London. Es wurde ein Fall an ihn herangetragen, der vermuten ließ, dass sich so ein Wesen in der Tochter eines Polizeiinspektors mit Namen Patterson eingenistet habe. Die übliche Verfahrensweise ist eine Reihe von Praktiken, zum Beispiel die Anwendung von Flüssigkeiten, gewissen machtvollen Worten und Sprüchen etc., die es zum Ziel haben, den fremden Geist aus dem betroffenen Menschenkind gleichsam zurückzudrängen. Innerhalb der Eingeweihten bezeichnet man diesen Vorgang als Exorzismus, wobei eine höchst abenteuerliche und auch falsche Vorstellung davon im uneingeweihten Volk kursiert. Bruder Ignatius war nun daran gegangen, so einen Exorzismus an der Tochter des Inspektors zu vollbringen. Nun erwies sich der fremde Geist in diesem Fall jedoch als außergewöhnlich widerstandsfähig und gab sich als Azazel zu erkennen. Um die fortwährenden Leiden des armen Mädchens zu beenden, wandte mein Schüler in seiner Verzweiflung und unvernünftiger Weise nun eine Methode an, die wir das verbotene Ritual nennen. Hier liegt nun, wie man sagt, der Hund begraben. Bei diesem verbotenen Ritual wird der fremde Geist nicht zurückgedrängt, sondern vielmehr freigelassen. Ich erwähnte bereits, dass solch ein Wesen es gewöhnlich nicht vermag, den Körper seines Wirtes in Richtung unserer Welt zu verlassen, deshalb auch der Vergleich mit der Gefängniszelle. Nach dem erwähnten Ritual jedoch verwandelt sich die Zelle gewissermaßen in das Zimmer eines Stundenhotels, wenn Sie mir diesen delikaten Vergleich verzeihen mögen. Das Wesen kann sich fortan zwischen den Menschen hin und her bewegen, mit Hilfe einer einfachen Berührung. Solch ein Fall ist zwar selten, jedoch im Laufe der Geschichte immer wieder fortgekommen. Das gütige Schicksal wollte es, dass Bruder Ignatius, der sich der Funktionsweise dieses Rituals nicht bewusst war, jedoch verstand, es durchzuführen, in der Ahnung eines möglichen Fehlschlages seine Absicht, in brieflicher Form an mich sandte. Leider kam ich zu spät, um die tragischen Folgen seiner Handlungen für ihn, sowie den Inspekteur und offenbar auch einige weitere Polizisten, abzuwenden. Es blieb mir nichts übrig, als die Jagd auf den Geist zu eröffnen. Seiner Natur folgend ist es die erste Bestrebung des Wesens, nach seiner so gearteten widernatürlichen Geburt, sämtliche Zeugen und Mitwisser dieses Vorganges zu vernichten. Ich denke, es ist nicht schwer nachzuvollziehen, dass das Wesen seine neu erlangte Freiheit am ungeindertsten ausüben kann, solange niemand Kenntnis von seiner Existenz hat. Dies betraf im vorliegenden Fall den Inspekteur, dessen Frau und Tochter, sowie meinen unglücklichen Schüler. Nachdem es die ersten beiden Punkte seiner tödlichen Liste abgearbeitet hatte, benachrichtigte ein anderer Inspekteur, ein gewisser Lestrade, den hiesigen Bischof, und so habe ich sämtliche Kenntnis zu diesem Fall erlangt. Nun wusste ich, dass in gebotener Eile es vorrangig war, Mrs. Patterson und deren Tochter in Sicherheit zu bringen. Sie verließen heute Mittag ihre Heimat mit dem Schiff und werden von meinen Brüdern an einem Ort untergebracht, der nur sehr wenigen in unserem Kreis bekannt ist. Unsere Einlichtuerei begründet sich in einer Art Sicherheitsmechanismus, wenn ein solches Wesen einen Körper in Besitz nimmt, dann verfügt es auch über dessen gesamten Erfahrungsschatz. Sie können sich vorstellen, wie mächtig so ein Gegner in kürzester Zeit werden kann. Sollte es ihm gelingen, einen unserer Brüder zu besetzen, dann ist es von Vorteil, wenn dieser dadurch nicht das gesamte Wissen unseres Ordens preisgibt. Sie verstehen? Mir blieb nun die Möglichkeit, Assasel dort zu erwarten, wo er seine verbliebenen Opfer vermuten mußte. Ich ließ also Bertrand das Licht in der Wohnung entzünden, um den Eindruck zu erwecken, sie wären zu Hause. Damit war meine Falle ausgelegt. Der Rest ist ihnen ja bekannt. Da ich vom Bischof erfahren hatte, dass sie, Mr. Holmes, mit diesem Fall befasst waren, überraschte es mich wenig, sie dort ebenfalls anzutreffen. Ihre Fähigkeiten sind uns seit längerer Zeit bekannt. Der traurige Umstand, dass ich das Leben unseres Freundes in der Kiste beenden mußte, folgt aus der einfachen Tatsache, dass es uns bislang nicht möglich ist, ein solches Wesen einzusperren. Die einzige Möglichkeit, sein Treiben zu beenden, besteht darin, einen Wirt zu isolieren und zu töten. Wie erwähnt, bin ich guter Hoffnung, dass wir darin heute Abend erfolgreich waren. So werden Sie verstehen, meine Herren, dass ich selbst nicht weiß, wer der Mann in der Kiste war. Seiner Kleidung nach zu urteilen, sowie dem Geruch, den sie verströmt, nehme ich an, dass er wohl die Temse befahren hat. Das ist für mich aber völlig unereblich, dass Sie mir zustimmen werden, wenn ich sage, es hätte jeder sein können. Es ist nun von Wichtigkeit, dass Sie, Mr. Holmes und Dr. Watson, sich bewusst werden, dass Azazel nun auch weiß, wer Sie sind. Dazu möchte ich Ihnen noch, sagen wir, ein Werkzeug in die Hand legen. Sie erinnern sich an meine etwas ungebührliche Frage in Bezug auf Ihre Königin. Das war ein Test. Der Einzige, der die entsprechende Erfahrung vorausgesetzt, einigermaßen zuverlässig ist. Diese Wesen sind sehr geschickt, darin vorzugeben, sie seien eben der, den sie gerade besetzt halten. Nur eine menschliche Empfindung können Sie nicht nachahmen, da Ihnen diese offenbar fremd ist. Dies ist das Empfinden von Entrüstung. Ein, sagen wir, freier Mensch reagiert unwillkürlich und im Bruchteil einer Sekunde auf eine Anzüglichkeit. Ein Dämon weiß damit nichts anzufangen. So, nun bin ich am Ende angelangt. Wenn Sie nun zu einer Entscheidung gefunden haben, ob Sie mich heute den Behörden als Mörder zur Anzeige bringen wollen oder nicht, dann würde es mich interessieren, wie genau Sie auf die Wohnung gekommen sind und wie sich der ganze Fall in Ihren Augen dargestellt hat. Sollten Sie sich dagegen entscheiden, mich verhaften zu lassen, würde ich den Leichnam des Bärtigen an seine nächststehenden Verwandten überstellen, ihnen eine glaubwürdige Geschichte über seinen Tod erzählen und im gegebenen Fall eine gewisse Summe als Entschädigung bereitstellen. Ebenso würde ich veranlassen, dass der erwähnte Inspektor Lestrade zu einer ihn zufriedenstellenden Lösung des Falles gebracht wird. Ich war überzeugt davon, dass dies alles ausgemachter Humbug sei, erwartete mit Gewißheit, dass Holmes meine Ansicht teilen würde und meinte selbstsicher, Ihre Geschichte ist zugegebenermaßen äußerst geschickt ausgedacht. Sie haben für alles eine Erklärung und es ist auch äußerst praktisch, dass sie erklärt, wieso sich nichts von alledem beweisen lässt. Bewiesen ist hier nur, dass Sie, Sir, wie auch immer Sie heißen mögen, ein überführter Mörder sind. Ist es nicht so, Holmes? Ich sah erwartungsvoll zu meinem Freund. Dieser machte ein ängstliches Gesicht, starrte an die ihm gegenüberliegende Zimmerwand und sagte leise, Watson, nicht so schnell. Dann stand er auf und ging auf die Wand zu, die er fixiert hatte. An ihr war unsere große Stadtkarte von London befestigt. Er setzte fort. Sehen Sie, Watson, hier ist das Scotland Yard Gebäude, direkt an der Thamse. Wenn Sie dem Flußlauf folgen und in den Surrey-Kanal einbiegen, dann führt Sie dieser genau hierhin. Er verfolgte mit dem Finger den Weg, den er beschrieben hatte. Es war tatsächlich eine durchgehende Wasserstraße. Ich trat näher an die Karte heran, um zu lesen, welche Stelle Holmes mit hier bezeichnet hatte. Sein Finger lag auf der Longcroft Road. Sie lag genau am westlichen Ende des Kanals. Holmes murmelte. Er befuhr wohl die Thamse. Cecil Clay mußte nur die paar Meter zum Fluß laufen und einen Bootsführer berühren. Während die Polizisten die Stadt nach ihm absuchten, fuhr er als bärtiger Flußschiffer, vielleicht in einer kleinen Dampfparkkasse entlang der Strömung und erreichte über dem Kanal sein Ziel. Nach etwa zwei, drei Stunden. Als der Inspektor die Wohnung des Priesters betrat, reichte er ihm die Hand. Vom Mädchen in den Priester, vom Priester in den Inspektor, vom Inspektor in den Constable, vom Constable in Clay, von Clay in den bärtigen Bootsmann und in die Kiste vor unserer Tür. Während der folgenden Woche erhielten Holmes und ich einigen Besuch. Der erste war Lestrade, der voller Stolz erzählte, wie er den Fall unter Mithilfe eines Abgesandten des Bischofs gelöst hatte. Es stellte sich tatsächlich als Erpressungsfall heraus, wobei ein hoher Mann der Kirche einiges Geld und auch einige Drohungen einsetzte, um letztendlich seinen nicht anerkannten leiblichen Sohn, Cecil Clay, aus der Haft zu befreien und zu beseitigen, ebenso wie einen unliebsamen Mitwisser, den Bruder Ignatius. Clays Leiche wurde schließlich aus der Themse gezogen. Holmes gratulierte Lestrade in aller Herzlichkeit zu seiner Leistung. Der zweite, ein paar Tage später, war Henry Sturgis. Dieser versicherte mir, dass er alles ihm Mögliche unternommen hatte, um der Firma Verhöfen und Blom auf die Spur zu kommen, jedoch vergebens. Er meinte, es sei eine endlose Reihe an Unternehmungen, Firmen, der Kirche und so weiter, die sich gegenseitig besaßen oder beauftragt hatten. Ich bedankte mich überschwänglich für seine Mühen und versicherte ihm, dass der Fall sich inzwischen aufgeklärt hätte. Zuletzt, gegen Ende der Woche, an einem Vormittag, als Holmes und ich noch bei einem ausgedehnten Frühstück saßen, klopfte es an die Türe. Es war Mrs. Hudson, die, überraschenderweise, eine schwarz-graue Katze im Arm hielt. Sie betrat langsam das Wohnzimmer und machte den Eindruck, als würde sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben darin umsehen. Dann sagte sie, »Also hier leben Sie, Mr. Holmes. Verzeihen Sie mein Eindringen, aber seit unserer letzten Begegnung war ich neugierig auf Sie geworden. Es freut mich, dass ich nun in aller Offenheit zu Ihnen sprechen kann. Seien Sie unbesorgt, ich habe nicht vor Ihnen oder dem Doktor zu schaden. Nach einiger Zeit lernt man, dass diese Welt schöner ist, wenn sie von bemerkenswerten Menschen bewohnt wird. Selbstverständlich wäre es mir ein großer Genuß zu sehen, wie die Welt durch Ihre Augen aussieht. Aber ich habe auch gelernt, dass das Leben, je länger es andauert, bereichert wird durch ein Geheimnis, dessen Lösung man nur vermuten kann, jedoch nie zur Gewißheit gelangt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Leben zumindest so lange andauert, bis auch Sie zu dieser Einsicht finden. Damit ich dies jedoch erlauben kann, ist es notwendig, dass wir einen Waffenstillstand aushandeln. Ich werde Ihre Stadt verlassen. Ihre Revolution der Industrie erzeugt für mich nur üblern Geruch. Ich werde meine Zeit in schöneren Winkeln der Erde zubringen. Sollten Sie davon absehen, mich zu verfolgen und mir Ihr Schweigen zusichern, so haben auch Sie von mir nichts zu befürchten. Andernfalls werde ich Wege finden, Sie wahre Furcht zu lehren. Und vergeuden Sie nicht zu viele Tränen an Mr. Clay und Mr. Hooker, wie sich der Bootsmann nannte. Es waren beide rechte Unholde, vertrauen Sie mir. Und nun wünsche ich Ihnen Lebe wohl, Mr. Holmes. Damit sprang die Katze von Mrs. Hatzons Arm, huschte die Treppe hinunter und entkam durch ein leicht geöffnetes Fenster. Mrs. Hudson fragte etwas verwirrt. Hatten Sie nach mir gerufen, Mr. Holmes? Was wollte ich denn nur hier oben? Wir beide saßen schweigend da und starrten die gute Dame wohl etwas ungebührlich an. Schließlich meinte sie, Ach, meine Vergesslichkeit! Aber zumindest scheine ich in einer deutlich besseren geistigen Verfassung zu sein als Sie beide. Wenn Ihnen wieder einfällt, was Sie gebraucht haben, dann klingeln Sie eben. Damit machte sie Kehrt, verließ das Zimmer und schloss die Türe hinter sich. Sollte das Zimmer und schloss das Zimmer und schloss die Türe hinter sich. Und schloss das Zimmer und schloss die Türe hinter sich. Und schloss das Zimmer und schloss darin Ich weiß nicht,